Naja cooler Name Jörg herzlichen Bekommen zu wurde nicht die Zeit sowie Volk am ist 8 geile mehr ich will mich noch zu wissen ist die von Tifa nach die Chemie um man sieht bei mir ich habe wieder Quackel pro drinnen Kacke Pro ist kacke, ey Man gewöhnt sich dran Man gewöhnt sich dran, tatsächlich Weiß ich auch, dass das so eine Gewöhnungssache ist Also erstmal zu den Kisten darüber, oder? Ich hab die noch nie hier gespielt Wo es die normalen Kisten gibt Nein Äh Alter Steinschmerz Geil Bist du runtergefallen? Nein Geh mal, ich hab' noch ein Schwerter Ganz runter, ganz runter? Wo bist du? Ganz unten in dem Loch Ne, nicht ganz runter Ah Komm, komm, komm Ich hab' ein Steinschmerz, komm Komm, äh, also, ja, okay Ich wär' jetzt die Richtung gegangen Ist das dunkel hier, ey Ach, so ist die Map Oh, oh, mich schlägt jemand, mich schlägt jemand Hilfe, Hilfe, Hilfe Was mach' ich, äh Ah, ah Hey, wo ist der? Also, da ist er, da ist er Komm, komm, schlau mit Geil Yes Ja, der hat gar nichts gehabt, oder? Doch, er hat ein Brot gehabt So, oh, wow Ja, mein Skill ist sowieso bei minus drei Milliarden vermutlich Äh, bist du rechts rüber? Ja, ich bin rechts rüber Ich geh mal links schnell, okay Da sind die ich gleich draußen raus Das ist nämlich Ach, hier, hier kommen, kommen links rüber Das ist ne Tür nämlich Und da ist ne Leiter nach oben Ja, aber hier kommen wir raus in die Landschaft Ja, ich auch Das war ne Leiter, Leiter und so toll Komm Ja, das ist schon ne Schock Leiter und so klasse Das ist wahrscheinlich wieder so ein Scholl Äh, verkackte Kacke hier Ne, auch oben hatte Sneaker Da sind Starmex HD und Boast Slayer Sind die weit weg? Nö Geh mal ein bisschen runter, wir können nicht zu zweit Äh, zack, zack Ey Ja, du weißt, wie das geht, oder? Wie man hier rauskommt Raufklettern, dann Deckel zu und rausspringen Und zwar jetzt So, dieper sind da hinten Nee, aber ich hab dich keine Ster. Die sind in meinem Haus Gehen wir runter, springen wir runter, okay 3 zu 1, 4 Nein! Oh, war das knapp?! Nee, bei mir waren's zum Glück zwei Scheiße, ey Aber das war eine behinderte Aktion Warte, ist hier nichts unter dem Baum der Küste? Ich kenn die Map nicht so gut, also ich hab die selten gespielt. Ich hab sie ja einmal gespielt. Auf Hive äußerst mal getootet. Achtung, da ist ein 2-Block-tiefes Loch nicht reinspringen. Ja, man könnte ja auch reinspringen, aber wenn man dann halt wieder raus will, dann braucht man einen zweiten dafür. Wenn du mich hittest, dann kann ich höher springen und ne. Das ist so ein kleiner Bug. Ich hab da oben ne Kiste gesehen, die hole ich mir jetzt mal schnell. Ich geh schon mal ein bisschen weiter Richtung aus. Nee, ich wär mir lieber, wenn du näher an mir drin bleibst. Nee, so falsch schon. Weil ich nix werd. Weil du nix werd. Da ist auch ne Kiste, die nehme ich mir schnell. Nein, ich bin so dumm, ich bin bisschen runtergefallen und jetzt hab ich viel Schaden gekriegt. Hoffentlich war ne Kiste. Ich hab ne Kiste, aber auch ein bisschen ne Rüstung. Ah, Mann, was ist das denn? Ich hab ne Kiste, die spawnt nen Block drüber. Ah. Da unten ist aber noch eine. Ah, ich seh da ne Kiste. Kiste? Ich hab ne Halsschwert. Ein Halsschwert. Wo bist du? Fuck, die Kiste ist leer. Äh, komm in Richtung außen. Also Glaswand, bitte. Ich geh dir entgegen mal. Also auf der anderen Seite von dem Berg, wo du... Ja, hier ist ein komisches Gebäude. Ja, genau. Ach, du bist schon weiter drüben. Warte. Ich geh, komm dir noch. So. 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 Wir waren aber schon Leute also. Wir waren schon Leute? Mhm. Was heißt? Ach, aber da ist noch was drin in der Küste. Aber ich hab's eigentlich noch keine. Ich hab's äh, genommen. Aber da hinten, da hinten ist jemand. Da ist jemand. King of Barrier. Cooler Name. Komm raus. Der hat, der hat kein Schwert. Denkste. Das versteckt der. Ja, ich hab auch. Wow. Ja, war klar. Wow, was hat der? Alter, wie schnell schlägt der? Force Field ist es. 100 pro. Alter. Mein Skill ist um 10 gesunken, what the fuck? Wo sieht man denn? Ich will's gar nicht wissen. Und dann wissen's alle Leute. Oh Gott, minus 32, ich bin gut. Ach Gott. Alter. Ja, äh, mach mal ne Runde oder? Ja, ich würd sagen, wir machen jetzt nen kurzen Cut und dann hängen wir gleich noch ne Runde dran. Bis denne. Bis denne. So, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und zwar sind wir jetzt auf der Map. Buys Island. Zwei. Zwei. Und ich bin rechts von dir. Weil ich mal gesagt hab. Ja. Der andere ist nicht. Ach so, ja. So, äh. Ja, ja. Ist schon gut. Cool, die haben da oben Möwen gebaut. Guckst du nach oben? Aber. Wir laufen beide in die Mitte und dann hinter mir den Wasser voll hoch, okay? Können wir machen. Ne, ich glaub jetzt, äh, erstmal zur Mitte. Oh, hoppla, ist jetzt schon los. Hoppla. Ich glaub hier mal hoch bei mir den Berg, weil ich glaub, ich hab dann eine Kiste. Wenn Level 1 gesehen. Also ich glaub bei mir schon den Wasser voll hoch, ist das in Ordnung? Jaja, Eisenbrustpanzer, what the fuck? Sonst finde ich gar keinen Brustpanzer. Echt jetzt? Eisenbrustpanzer? Jetzt schon? Alter, fuck der... Oh, oh, leck, 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 leck. Du leckst auch. Du leckst ein bisschen in Skype. Ja, wir reden über Skype. Wir wissen es. Skype ist unoptimal. Kommst du bitte? Ich bin hier immer noch so... Und ne Eisenhose, what the fuck? Puh. Ich bin immer noch sehr ungeschützt. Hast du ein Schwert oder so? Nö. Oh, aber eh, cool. Oh, das ist ne Küste, da ist ne Küste. Aber da kommt, ne, man, mein Steinschwert, ich laufe weg. Ich bin nochmal weg. Okay, ich hab ne goldene Korb. Fuck, die sind... Ich laufe weg. Ich hätte... so einen komischen Brustpanzer mit Kettenzeug. Also, wenn du einen Steinschwert hast, dann kommst du in die Mitte, ne? Ich hab noch keins. So, ich schwimme jetzt den Wasserfall zu dir hoch, ne? Ja, ich bin schon aber auf der anderen Seite von... am Hanglot. Oh, der hat ein Eisenschwert. Äh, nicht, äh, ein Steinschwert. Oh, der kommt von hinten. Fuck. Bin tot. Bist du tot? Ja. Ähm, hör mal auf für die Runde, oder... also für die Folge, oder... Ja, für die Folge, hör mal auf und ich zog hier noch ein bisschen fertig. Okay, dann, wie gesagt, das war's dann mit dieser Runde. Wunde. Runde. Wunde. Wunde mit Runde. Dunkel. Was, dunkel? Ach, egal. Ähm, ich... Ich will mich aber nochmal schnell entschuldigen, dass jetzt die letzten drei Tage, glaub war's? Ne, zwei Tage nur. Äh, kein Video kam. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt noch immer jeden Tag hochladen, aber... Keine Ahnung. Äh, jedenfalls, es war ziemlich stressig. Aber keine Ahnung. Es war jetzt ziemlich stressig, die letzten Tage. Ähm, länger Schule und so und... Ähm, Projekt in der Schule und so. Also, nochmal sorry, okay? Also, dann danke und tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.